Die Pforten sind geöffnet. An der Lemgoa Bismarckstraße ist das modernste kommunale Rechenzentrum in Nordrhein-Westfalen eingeweiht worden. Am 24. April übergab Architekt Reinhard Schwakenberg den schlüsselfertigen Bau an den Geschäftsführer des kommunalen Rechenzentrums Minden-Rabensberg-Lippe, kurz KRZ, Reinhold Hanisch. Rund 150 Gäste aus Politik, Wirtschaft, dem Kreis der Eigentümer sowie der Mitarbeiterschaft nahmen an der feierlichen Einweihung teil. Klaus Müller-Zahlmann, stellvertretender Verbandsvorsteher und Bürgermeister von Bad Oeynhausen, eröffnete die Feierstunde in der Bismarckstraße 23 und erinnerte an den Namensgeber der Straße, Otto von Bismarck. Man hat damals noch nicht an IT gedacht. Also der Bismarck hat tatsächlich noch nichts von IT gewusst, habe ich mir sagen lassen. Und insofern, dann hätte er das gewusst, dann hätte er sich mit dem KZ zusammengetan, da bin ich ganz sicher. Und jetzt gerade, wo dieser Neubau auch noch da ist, erst recht. In seiner Festrede betonte Bernd Büsterdiek vom Deutschen Städte- und Gemeindebund die Innovationskraft des IT-Dienstleisters aus Lemko und beglückwünschte OWL zur hohen Datensicherheit im modernsten Rechenzentrumsbetrieb, der jetzt für die Mitglieder des DSTGB in NRW wie auch in anderen Regionen zur Verfügung steht. ...die digitale Welt zu übertragen. Vertrauen ist gerade im Internetzeitalter ein unbezahlbarer Schatz, den man aus meiner Sicht auch nicht leichtfertig aufs Spiel setzen sollte. Insofern spielen Rechenzentren, kommunale Rechenzentren hierbei eine wichtige Rolle, denn sie verkörpern in ihrer kommunalen Trägerschaft Solidität und Zuverlässigkeit und so wird es meines Erachtens auch, das sieht man am Beispiel des KRZ, in Zukunft bleiben." Die Server im neuen Gebäude wurden klimagesichert und umweltfreundlich eingerichtet. Ein Faraday-Shack-Häfig schützt die Technik zusätzlich. Mit dem Neubau führt das KRZ sein bewährtes Zwei-Häuser-Konzept fort, um die Daten der Bürger optimal zu schützen. Erst im März war das KRZ zum vierten Mal in Folge durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik für seine Datensicherheit zertifiziert worden. Landrat Friedl Heuwinkel ging in seinem Grußwort auf die kommunale Familie ein. Als Zweckverband für die Kreise Lippe, Minden-Lübbeke und Herford sowie deren Städte und Gemeinden hat sich das KRZ zu einem modernen IT-Dienstleister entwickelt, der die Kommunen in allen IT-Belangen unterstützt. "...den der weiteren Entwicklung, denn wir bleiben beim KRZ nicht stehen und entwickeln uns immer weiter zum Wohle der Region. Und jetzt habe ich zum Schluss noch ein kleines Geschenk mitgebracht, was auch eine ganz besondere Bedeutung hat, nicht weil es etwas größer ist für den Lippa. Die Lippa bringen ja im Allgemeinen etwas kleinere Geschenke hin. "...alles Gute für das neue Gebäude, alles Gute für die Zukunft unseres Rechenzentrums." Dem schloss sich Lemgus Bürgermeister Dr. Rainer Austermann an und sprach über den gestärkten Wirtschaftsstandort der alten Hansestadt. "...als Ihr Standortbürgermeister bin ich natürlich sehr gerne bei der Einweihung dieses neuen Bürogebäudes dabei, denn ich freue mich sehr über ein gutes Stück Standortsicherung eines erfolgreichen kommunalen Unternehmens in unserer Stadt." Für die hier installierten Backup-Systeme erhalten Sie einen Rechner der neuesten Generation. Er ist nämlich emissionsfrei und das Betriebssystem ist lizenzgebührenfrei. Hier ist er und wir haben etwas draufgeschrieben, nämlich alte Hansestadt Lemgo. Auf uns können Sie zählen. Ich hoffe, dass das in der Vergangenheit aus Sicht das KZ so war und dass das auch in Zukunft so bleiben wird. Herzlichen Dank." Bürgermeister Gerd Klaus aus Schiederschwallenberg blickte als Vorsitzender der Eigentümerversammlung auf die Vorgeschichte des Baus zurück. "...ein verlässliches, ein solides Dach über dem Kopf und ich denke, das konnte durch die Entscheidungen der Gremien auch dann gefördert werden. Ich sagte schnell entschieden. Das fand im Herbst 2012 statt in zwei Gremiensitzungen im Prinzip, die schnell aufeinander folgten. Und es hatte auch prima funktioniert natürlich die Zusammenarbeit mit der Stadt Lemgo. Rainer Außenmann hat es zum Ausdruck gebracht. Es wurden Schwerpunkte neu gesetzt. Ich denke, die Schwerpunkte, du sagtest, sind auch richtig gesetzt worden." Architekt Reinhard Schwakenberg freute sich über die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem KRZ. "...wir sind hier Gott sei Dank nicht in Berlin. Wir sind auch nicht in Hamburg. Wir haben keinen Flughafen gebaut und auch keine Elbphilharmonie. Aber trotzdem dieses imposante Gebäude, was hier in den letzten 17 Monaten an der Bismarckstraße entstanden ist, ist ein durchaus imposantes Gebäude mit vielen nicht alltäglichen Herausforderungen. Insbesondere ausgestattet mit Technik- und Sicherheitsstandards, die sicherlich in vielerlei Hinsicht eine Vorreiterrolle übernehmen und in deutschlandweit sicherlich auch teilweise ihresgleichen suchen." Auch mit dem Schlüssel für die symbolische Übergabe des Gebäudes zeigte sich das KRZ auf der Höhe der Zeit. Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe hatte dafür erstmals einen Sicherheitsschlüssel im 3D-Druckverfahren gefertigt. "...und es ist nicht verwunderlich, dass es sich selbst bei diesem Schlüssel um ein Novum handelt. Janis, ich wünsche Ihnen jederzeit gutes Gelingen und viel Spaß im neuen Gebäude. Ich hoffe, dass ich für diesen Schlüssel das richtige Schloss finde." Für knapp 5,5 Millionen Euro ist ein hochmoderner Verwaltungskomplex entstanden. Das KRZ hat sein Serviceangebot in den vergangenen Jahren stetig erhöht. Entsprechend ist die Anzahl der Mitarbeiter immens gewachsen. In dem neuen Gebäude hat der ostwestfälische IT-Dienstleister Raum für 65 neue Büroarbeitsplätze geschaffen. Stolz konnte KRZ-Geschäftsführer Reinhold Hanisch zum Abschluss resümieren. Der Dank gilt allen, die hier mitgewirkt haben, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Architekten-Teams, den Baufirmen, denen ich auch einige Vertreter hier begrüßen kann und herzlich Danke sagen kann. Denn ohne sie alle wäre das nicht gelungen. Ja, heute ziehen wir ein in ein neues Gebäude. Eine neue Epoche beginnt für das KRZ. Und wenn wir jetzt 17 Monate zurückgucken, plus einige Planung, dann kann ich Ihnen sagen, erfreulicherweise ist das KRZ seinem Kurs gefolgt. Wir sind weiter gewachsen, schneller als geplant. Und insofern schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Jetzt lade ich Sie ein zum gemütlichen Get-Together. Ich wünsche uns gute Gespräche, viel Spaß in diesen Räumen und nehmen Sie ein bisschen von dem mit und seien Sie ruhig neidisch auf das, was wir demnächst hier erleben dürfen. In entspannter Atmosphäre und begleitet vom Klang eines Jazz-Duos konnten sich die Gäste austauschen und die neuen Räume in Augenschein nehmen. Die Büros sind bezugsfertig. Bald schon werden die Mitarbeiter sie mit Leben füllen. Was wir nicht? Was wirốt handicapری? So?